Ja, und dass bei der Goldproduktion nicht funktioniert hat, das ist auch scheiße. Was zur Hölle, wo kommt denn der jetzt her? Schaut nur, euer Außenposten wurde von eurem Rivalen besetzt. Ich glaube, ich mache alles falsch. Ich glaube, ich muss die Seite ignorieren. Ich muss da die Mauer gleich hochziehen als erstes. Ich muss die Seite ignorieren. Und gleich gucken, dass ich vor die Mauer marschiere. Ich habe Schwarzbild. Und ihr? Okay, dann muss ich mal kurz unterbrechen. Gut, da sind wir wieder. Tut mir leid, wegen der Unterbrechung. Aber das Spiel ist abgestürzt. Hatte ich auch noch nie. So, das heißt, wir starten wieder in die letzte Mission rein. In unsere Bank, Königreich. Dann hoffen wir, dass es dieses Mal klappt. Also gut, andere Taktik verfolgen, okay. Okay. So, Kaserne. Gold und Eisen. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. So, Militärlogistik ist jetzt gerade wichtiger. So, Kaserne. Okay, wundert es mich jetzt gerade, dass der hier nicht angreift? Was habe ich kaputt gemacht? Der sollte doch schon längst angreifen, oder? Oder traut ihr sich jetzt echt nicht, weil ich zwei Armeen da hatte? Oder muss ich alles erstmal mit der Ruhe angehen und Armeen aufbauen? So, hysterne. So, hysterne. Ja, deswegen können wir uns ja mal jetzt endlich die Festung der Wilden. Diese Festung ist ein Reich der Wilden. Weithin sichtbares Monument unseres Häuptlings. Der alte Druiden, das alte Druiden-Grab ist der Versammlungsort für die Rituale der Heiden und ihr größtes Heiligtum. Ja, ich habe es kaputt gemacht wieder. Ich kann nochmal neu starten, so wie es aussieht. Das hier ist der Erdrutsch dann wahrscheinlich. Ja, Erdrutsch. Anscheinend nach ist das das Ergebnis von Naturgewalten. Ah, Einsiedelung. Und ich bin gerade echt so doof zum Lesen. Festplatz. An diesem Ort werden wichtige Begebenheiten im Leben der Tandrier feierlich begangen. Hochzeiten, Siegesfeiern und eine Fähigkeitserklärung. Okay, starten wir nochmal neu. Weil wenn, wenn die eine Armee da nicht angreift, dann bringt das nichts. Dann bringt das absolut nichts. Und ja, ich werde, ich bin langsam verzweifelt, was diese Mission angeht. Okay, weiter. Erstmal das und dann das Ganze so machen. Wir haben ja 20 Waffen am Anfang. So, das Saison wäre als erstes für Gold. Nein, als erstes Saison für den Ausbau. Das ist am wichtigsten. Okay, und sie greifen doch an. Das ist schön. So, Gold, Gold. Äh, falsch. Eisen. Eisen. Lager. Eisen. Nach Bedarf. Bessere Verpflegung. Bessere Verpflegung. Überall bessere Verpflegung hier. Befestigungsausbau beendet. Da Contest. Das wird ja schönes thứen. Baba, Hur. Das war's für heute. So, dann gehen wir zum Angriff über. So, dann gehen wir zum Angriff. 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 Okay. Okay. So, dann gehen wir zum Angriff. 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 Okay, der zieht, okay. So, dann gehen wir zum Angriff.